Hallo liebes Ausland.org Team. Mein Name ist Saskia Schulte. Ich bin 19 Jahre alt, komme aus Dorsten. Das liegt im wunderschönen Nordrhein-Westfalen. Ich möchte mich mit diesem Video für ein Stipendium für das Jahr 2014 bewerben bei Ihnen. Ich habe mich für die Bewerbung mithilfe eines Videos entschieden, da Sie mich gerade auf meinem YouTube-Kanal sozusagen sehen. Ich versuche regelmäßig Videos zu drehen. Ich habe eine kleine Runde an Zuschauer und zeige denen ein bisschen was von meinem Alltag. Also dieses typische Beauty-Mädels-Zeug, Schminke, Kleidung, Shoppen. Spreche aber auch über ernstere Themen wie Eifersucht, Beziehung und all das. Und ja, versuche den Leuten da draußen einen Teil von mir zu geben und hoffe, dass ich ihnen damit helfen kann. Und mag es auch einfach irgendwie zu reden und irgendwie drauf loszuplappern. Und ja, also bei mir lag die Entscheidung direkt bei einem Video. Also ich hoffe, dass ich möglichst natürlich rüberkomme und dass ihnen mein Video gefällt. Also ich werde es versuchen, in kleinen Abschnitten zu teilen, dass sie ein paar Facetten von mir kennenlernen. Und ja, da wünsche ich viel Spaß. Und ja, da wünsche ich viel Spaß.